Sophia schaut gerade auf jeden Fall nicht zu, deswegen kann ich sagen... Was für ein Video ich unbedingt sehen wollte, ist von Will Tennyson. Haben wir letztens das Video hier angeschaut. So, hier wird jetzt angezeigt, dass ich es gesehen habe, weil ich es gerade eben angeklickt habe, aber jetzt rückgedingst. I ate and trained like a professional gamer. Thumbnail sieht sehr geil aus, Will Tennyson Videos. Kann ich mir irgendwie aktuell sehr gut gönnen. Ich muss auch sagen, der knallt momentan richtig fett einen raus. Ich hatte mal sowas ähnliches vor, und zwar kenne ich einen Streamer, dieser King Phil. Den kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Absoluter Ehrmann, richtiger Hustler. Und ich hatte mal im Kopf, ich weiß nicht, ob ich das mit ihm sogar besprochen hatte schon mal. Da wechsle ich manchmal ein bisschen. Dass ich mal zu ihm hochfahre, der wohnt glaube ich im Pod irgendwo oben. Und wir einen Tag lang Diäten tauschen. Das heißt, ich esse einen Tag lang wie ein Profi-Gamer, weil man kann schon sagen, dass er Profi-Gamer ist. Er ist glaube ich auch Profi-Gamer. Und er ist halt einen Tag lang wie ich. Und mal so gucken, so, yo, wie ist der Lifestyle so als Twitch-Streamer, der halt so den ganzen Tag nur zockt. Was isst man da, die ist das? Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was uns jetzt bei Will Tennyson erwartet. Labern wir nicht lange um den heißen Brei. Schauen wir einfach mal vorbei. Er hat auf jeden Fall schon gut Pickel auf der Stirn bekommen. Das ist der erste Schritt zum Profi-Gamer. Kappa. Ich wollte es gerade sagen. Was ist die typische Gaming-Diät? Mountain Dew, Doritos, KFC würde ich vielleicht noch sagen. Aber eher Doritos, Mountain Dew ist so das Klischee. Dann darf es wirklich eigentlich nicht fehlen, so ein Gaming-Booster. So was in Deutschland wäre das Level Up oder wie die alle heißen. Gamers Only oder bla bla bla. Eher ungesund wahrscheinlich. Food and Drink, Matt, you're wrong. And I know you're wrong because I googled it. Gamers follow a strict diet and intense training regimen that is critical to the success of a gamer. So with that said, we are following the Gameday diet and training of a top British gaming team called XL. Do you still think I'm joking about gamers following proper diet and training? Do you? Well, then check out this guy. Just look at him. It's a terrifying combination. The thought of a gamer who can actually back up their trash talk. That is some scary shit right there. On the breakfast menu today, we have ourselves some healthy pancakes topped with nuts and fruit because we are adults and we don't have our pancakes planned anymore. Unfortunately. When I was a kid, every weekend we'd have pancakes. Nothing brings people together like pancakes and politics. In the Kodiak cake mix, I mixed up water and these eggs here that I honestly have no idea how long I've had them. Gunther, how are you? Don't ask me about food safety. On the surface, the Kodiak cakes look amazing, like the calories look great. And I put a serving and a half and I have enough for three mini pancakes. That's where they get you. Bullshit. There you go. Life really is a string of disappointments. Bruh. I just microwaved some frozen berries right on top. Oh God, I got some on the table here. Wieso glaube ich, dass das Essen nicht so krass ausschauen wird? I was trying to top it off with some nuts. So I got some slivered almonds. But the way these things are looking, I might have to join them, if you know what I'm saying. And then last but not least, we can't forget Walden Farms, can we? Oh yeah. Oh. Stimmt, das gibt's in den USA. Also wenn ihr mal, hier habe ich damals als, wo, wann war das vor? Fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren mal Walden Farms bestellt, das ist so der Shit, wenn's um Zero Soßen oder Zero Siruppe geht. Oh yeah. This is getting my joystick going. I decided to add some PB2. I do a lot of things with this stuff. Some things I can't tell you about. Oh, I just smothered this thing. Should I call my pancakes Katie? I forgot a fork and knife. What the hell? Usually protein pancakes have like a choking quality. Protein pancakes taste like fucking rubber mate. I've gotten better flavor from deep fried Greg Duquette's cookbook in piss. Bro? Gordon Ramsay? Gordon Ramsay kommentiert sowas? To them, which is cool. But I... Greg Duquette ist so ein, ähm, englischsprachiger Fitness YouTuber, der, glaube ich, so Rezepte sowas macht und immer so netty, nicht netty, bla bla bla. I don't think these are gonna have them for some reason. I remember how much I love to eat every time I eat. It distracts us from death. The pancakes are like a cloud. The almonds are like, kind of like little toenails. The reason why gamers have pancakes on game day is more like a psychological thing. The chef will make pancakes for the entire team. They sit together, they have a good time. It just sets the tone for a good day, puts them in a good mood for game time. And I'm all alone. Breakfast like me. Was ist das geil? Also, das ist jetzt, okay, also Pancakes zum Frühstück für Profi-Gamer, wenn sie ein Turnier haben. Alles klar. Done in an instant, and it's time to move on with our day. A lot of eSports-Athleten actually retire, when they're like 22, which kind of sounds funny, but it's very serious. Tendinitis is a huge career ender in eS... Gamers thump, a repetitive stress injury that causes inflammation of a tender... E-sports, things like mouse arm, which is extreme exertion of like your wrists and your shoulders, which is why I don't like to exert myself too much and I use grapefruit to handle majority of the load. Do it. Hit it. What we're gonna be doing right now is hand and wrist exercises for gamers. You're supposed to do it five to ten minutes a day. We have the eSports doctor. We're gonna follow along. You ready? Let's begin. Du willst mich doch komplett verarschen, als ob es YouTube-Videos gibt für Gamer, so Sascha-Huber-mäßig auf Gamer. I have a size of that joystick on his table there. Dr. Levi. Oh. The next form of this, I'd like to do, is the following. One, two, three, four, nine, This is my weak side. This side, I'll feel probably no pain. One, seven, eight, nine, ten. Oh my... Digger, was schaue ich mir hier an? Thank God. This is a brand new exercise. This is called the double cobra. The double cobra? I'll probably go to this one. They didn't call me the snake charmer in high school for nothing. So you're gonna put the other hand here and now you're gonna bend here. Again, I want to do it from the side. This is awkward. Digger, this is a completely foreign world. I can't imagine. Also, maybe they really do some super-profigamer really before a tournament. But if they do that every day? Or maybe they do it. I don't know. I think I'm a bit too naive. I think I'm a bit too naive. Is that so joke-mäßig, so auf Selbstbefriedigung? Is that you with the Mercedes-Bike-Flex? It is. Excel does cardio two to three times per week, which is great for their well-being and concentration levels, which is awesome for winning games and picking up e-girls. So by the end of preseason, they want to get to around 30 to 40 minutes of high intensity per session. It's just traditional cardio, like running, swimming or in this case, because my knee is bad and I've been watching a lot of stranger things, biking. Bike-Safety-Rule number one is always wear a helmet, guys. Go unprotected. I look like Master Chief. Let's hit it. Is it worth me, like, pretending to drive off past the camera? You know, it's kind of rude. Yeah, yeah, ich kenne das als YouTuber. Ich kenne das. Stellst die Kamera auf, nur um dann vorbeizufahren. Ist es den Shot wert? Ich denke schon. Oh, car. I don't think my brakes work. Can bikers run a stop sign? Looks like it. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, Alter, die Fahrradfahrer, die sich immer die, ähm, die Straßenregeln rausnehmen, so wie sie Bock haben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es, wenn rechts vor links ist und du nimmst als Autofahrer einen Fahrradfahrer mit, dann hat der Fahrradfahrer die gleichen Rechte wie ein Autofahrer. Wenn es aber um Ampeln geht, da fahren die Fahrradfahrer einfach geradeaus weiter, wenn sie Bock haben. Oder beim Stoppschild. Oder mal auch so rechts vor links für sich selber rausnehmen, kann man auch mal machen. Dann, ja, ist ja der Aut andere schuld und so weiter und so fort. Gehweg, Straße, alles eins. Mal ein bisschen hier rumflippen, da. Ah. Ich hab, ich hab, mit Fahrradfahren hab ich schon so die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht, würde ich sagen. Eine Sache, was ich noch glaube, was auf jeden Fall kommt, was sie eigentlich trainieren müssten, wäre doch irgendwas mit Reaktionsfähigkeit. Also Reaktionsfähigkeit würde doch nur Sinn machen. Das wäre das, wo ich am meisten glaube, dass sie irgendwas machen, vielleicht so ähnlich wie Boxer, so mit so Tennisbällen quasi empfangen, zack, zack, irgendwas so auf Schnelligkeit, weil das ist ja mit das Wichtigste im Gaming. Ich fühle mich so athletisch. Ich fühle mich definitiv nicht auf der Straße willkommen. Die Fahrzeuge sind wie, komm aus hier, Mann. Du bist in den USA, Digga, was hast du erwartet? Ich liebe die Tim Gordons, weil die Fahrzeuge sind, weil es mir die Motivation gibt. Wir sind hier auf der Straße. Zeit, um sich anzusehen. Speed limit ist 40. Okay, ich werde es nicht mehr schlafen, keine Angst. Kyle, kann ich dir helfen? Hi, kann ich ein Medium Dark Roast Black, Du bist auf der Straße, okay? So cute. Home Parking Spot für ein Bike. Wir machen 22 Minuten hier. Wir haben noch 22 Minuten hier. Aber wir können uns mit einem Koffee. Biking ist so eine gute Weise zu sehen. Es ist so gut und so relaxing. Es ist auch ein guter Ding zu tun. Wenn du mit einem guten Knie wirst, wie ich, und du willst dein Cardio in, aber du willst nicht raus, weil es hart ist, wenn du mit dem Knie wirst. Wenn du nicht gut bist, wie ich, dein Knie wirst, ist, wenn du mit dem Knie wirst, dein Knie wirst, bevor du kardiovaskulierbar bist. So, du kannst nicht wirklich auf die Intensität und wie viel Kalorien wirst. Don't sleep on eSports-Athlete. Das sind nicht nur Couch-Potatoes. Das sind Athlete auf und auf der TV. Mein Vastus Medialis ist die Definition von Lactic Acid. Time to go home. Als ob er so unfit ist, ey, kann ich mir gar nicht, nein, ich glaub, der spielt ein bisschen. Der ist doch nicht so unfit, Alter, der ist schon ein fitter Typ. Oh, shit, da ist ein Pick-Up-Truck. Ich weiß ja nicht, wie die Straßenregeln in USA sind, aber Brudi, du fährst echt ganz fies auf der falschen Straßenseite. Oh, shit, der Sewer. Oh, shit. Bruh, sie sind weg. Oh, shit. Nahti oder nicht, I have my doubts. I'm not lost. I'm just exploring. I think I'm actually lost. My bum is sore, y'all. Law-abiding citizen who? Remember on the way home? Not home. I think Tim Hortons is home. Remember on the way to Tim Hortons when I said downhill? Uh oh, it's uphill. Hill. There's an uphill. Oh, you think I'm scared, Hill? Ah. 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 What's coming now? You might be looking at my hands going like Will, are you about to like walk your dog or you about to like do an audition tape for now you see me three? No. Because when you play video games life happens really quick so agility work and your hand-eye coordination is super important. You want to finish off your opponent before he finishes you off. So with that said, let's get to work. Challenge one. Caught and drop. Ja, genau. So, dieses er lässt's fallen und du musst dann fangen. Genau sowas hab ich erwartet. Das ist aber auch geil. Stell dir vor, du hast wirklich so richtige Killer Instinkte, was halt so Reaktionsfähigkeit angeht. Das hilft dir dein ganzes Leben. No. Es sieht leicht aus. Es ist nicht leicht aus. Du hast es nicht gemacht. Oh, man. This is hard. Do I have a punishment if I don't get it? Do it anyway for that hustle. Oh. What does that mean? They unsubscribe? Oh, they don't unsubscribe. They just busted my lip. There we go. Getting the hang of it. Catching the balls as they drop. Balls on your back. Das hab ich, glaub ich, schon mal auf irgendeiner anderen Plattform gesehen, aber das war, glaub ich, nicht YouTube. Hä? Woher weiß er jetzt, wann er sich umdrehen muss? Was ist das? Oh, du machst das zu einfach für mich? Black man. Ich weiß nicht, ob ich dich so kenne. Nein, ich weiß nicht. Du machst das zu einfach für mich, Master. Pitching and Catching. Was ist das jetzt? Hilft dir jetzt Karten und der muss die fangen, oder? Wir haben unseren Master hier mit einem Deck von Karten. Er wird fünf Karten. Ich wüsste gerne mal, warum die dem so richtig grundlos so ein schwarzes Ding angezogen haben. Catch. One at a time. And if I don't catch one, I gotta do ten pushups. Ja, unmöglich. Wie soll er das... Oh! Oh, da geht's. Ja, unmöglich. Hier willst du die fangen. Oh. What? Wie soll man die fangen, Alter? Das ist endschwer. Oh, für vier. Das ist schwer. Ich will einen fangen. Ich will einen fangen. Oh, der war geil geworfen. Hast du das? Nein, ich habe es nicht getroffen. Oh. Ich habe das. Oh, mein Gott. Okay, warte, ich skippe mal den Part. Okay. Ich denke mal, er fängt an. Wie lange bist du heute live? Ein paar Stunden. Part 2 des Workoutes. Wir sind jetzt in der Gym. In einem zurückfokusseten Workout. Er hat den Fass auf. Kennt ihr diese Videos, wo Leute so diese Karten so werfen und dann wirklich so eine Wassermelone durchschneiden mit einer fucking Karte? Ich frag mich immer, wie das funktioniert. Und jeder von uns hat es schon mal ausprobiert, aber die fliegt halt einfach nur auf den Boden. Und dann war es. Weil, wenn du spielst, hast du die Tendenz, zu sitzen und zu spielst, als du spielst. Das ist wirklich schlecht für deine Position. Es gibt so Videos von Leuten, die haben so eine riesige Sporthalle. Oben an der Decke hängt so ein Luftballon. Und dann werfen die eine Karte und lassen da oben irgend so einen Ballon knallen. Das ist so... Imagine so Leute brechen bei dir zu Hause ein und du stehst einfach mit so einem Stapel Karten da und sagst so Jungs, das war's für euch. Ciao. ...Posture and can cause a lot of injuries. You don't want to be blowing your back out in the game. You want to save that for the championship after party with the boys. The back is one of those muscles that you can't really see in the mirror. So a lot of people neglect it. You don't want to neglect the back. It's a foundational muscle for a lot of your movements. If you want to get better at the bench press, you want to train your back. But a lot of people just over train their chest, which just encaves you forward. It's not good for your posture. A lot of people I know do double the back volume in the chest. It just opens everything up and makes the posture perfect. Also auf jeden Fall, Leute, die da viel sitzen und so. Nacken trainieren, Rücken trainieren. Auch ein guter Kumpel. Für mich damals hatte er immer Nackenschmerzen. Also also Shrugs gemacht, halt mit Gewichten. Auch wenn die Muskulatur halt trainiert, wenn sie durchblutet, wird gelockert teilweise. Deswegen schön viel Rücken trainieren. Das ist wichtig für euch. So this exercise, I was like, yeah, there is no way I'm gonna do this in a public gym. The second I make eye contact with any female, I'm gonna get kicked out and put on some sort of list. But I can't skip my trick or finger work, guys. That's like skipping calves. Every detail matters. But then I also realized I'm only a pro gamer today. So hopefully there's some carry over where I need it most. Back is feeling blown out. Abs are pretty sore right now. But as I'm finishing up these sit ups, my confidence going into tonight is at an all time high. Watch out, nerds. I'm ready to no-scope you and your mom too. Hahaha, Ehre genommen, Bruder. Typical a gamer will... Auch wo no-scope, ey, wer freut sich schon auf Modern Warfare 2, Diggi, im Oktober. Mein kleiner Bruder, Finn und ich, Digger, wir schicken uns jeden Trailer. Wir beten so, dass es ein gutes Call of Duty wird. Ansonsten ist einfach zwei Jahre Schicht im Schacht. Have a small lunch because if they have a big meal, all the bloods in a rush from their head to their stomach to help them digest the food. And they don't want that. They get something called food coma. They want to be alert and in control at all times. So generally, the lunch is very small. So what we are having is some mashed potatoes. And I got some salmon here for the healthy fats for that cognitive function. And then on the side, we're gonna have a salad. Cue the salad b-roll. FRACKED 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 Typically a lot of gamers will also follow something called the vertical diet, which is an anti-inflammatory, anti-gas, anti-bloating diet because they don't want to be distracted when they play. Ja, man kennt's, ne? Du sitzt da und hast so einen bösen, bösen Furz, der so richtig massiv drückt, Alter. Und kannst deswegen den nächsten Fortnite-Win-Win nicht holen. Deswegen die Anti-Bloating-Diet. Aus was besteht die? Micronutrients? Äh, Vertical-Diet. Makronutrients. Also, was heißt das jetzt? Wie ist die zu verstehen? Warum heißt die Vertical-Diet? Red Meat? White Rice? Ja, Bulli, das ist halt Bodybuilding-Diet, ne? They don't want to be distracted when they play. They play for up to... Monte lässt die Furze immer live auf Ehre raus. Ich versteh nicht, du musst ja auch nicht lautfutzen. Du kannst ja einfach auch so in deinem Sessel einen versenken, auf ruhig, auf entspannt. Ich hab zwei Hunde. Wirklich, Suki oder Yu, die haben schon viele Furze für mich gecarried. Vor Sophia, sag ich mal so, ne? Sophia schaut grad auf jeden Fall nicht zu, deswegen kann ich sagen. Und jedes Mal, Digga, Suki, die lässt wirklich oftmals einen fahren, muss ich sagen. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr so ein kleiner Pudel stinken kann und furzt. Das hört sich meistens an, als wär's ich gewesen. Oder ich sag dann, ich hab grad einen Stuhl verschoben oder so. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Stuhl über den Boden schiebt und dann macht das so dieses Geräusch? Ja. Six to eight hours at a time, 12 hours per day. The last thing you want to do is make your sniper miss a shot on your team because you have to rip one, you know what I mean? Mashed potatoes and salmon is just a, it's an odd pairing. It's like when your divorced uncle brings a sorority sister to Christmas dinner. I would have thought it at least would have been like Dorito-crusted salmon with like a salad with a Mountain Dew-Vinaigrette. Mashed potatoes do remind me of old people, though. Old white people. I just wish I had more of it. I should have circumcised my salmon. Gotta pull that skin back. We got the wild salmon. None of that farmed shit. Fishy in a good way. I'm ready for tonight. I'm gonna take the W home. Boah, was ist das eigentlich für ein Ding, was er da steht? Irgendein Gaming-PC? Dann so ein Stuhl, so mit Gas, Bremse. Oh, bewegt er sich dann gleich so mit? Mein kleiner Bruder hat sich, wie heißt das? Forza Horizon? Ja, Forza Horizon ist das, glaube ich, ne? Geholt. Und hat sich auch so ein Pedal und alles Mögliche geholt. Also ich glaube, das macht schon Bock, wenn du das gut drauf hast. Bin da einmal gefahren, ich fand es aber jetzt nicht so realistisch. Der war gut, der war echt gut. Ich habe diesen verrückten Rennfahrer-Simulator hier. Ich werde jetzt ein paar Rounds machen und ich werde meine Herzrate checken und wir sehen, was das alles geht. Ich bin zu verpackt für dieses Seat. Ich bin ziemlich sicher, alle F1-Fahrer sind klein. Ich bin ein Gigant. Ja, Formel-1-Fahrer sind echt klein. Zahnspanger, alles Gute, deine Zähne tun so weh. Das Rad ist wirklich mit dir, es fühlt sich... Oh, F1-Fahrer, 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 F1-Fahrer oder so. Ach, das sind dann Profi-Gamer, die Formel-1-Fahrer fahren als Sport oder was? Also nicht mehr wirklich Formel-1, sondern also eigentlich 1 zu 1 die Formel-1 und halt alles E. Gaming. This is my daddy driving. You guys want to see his face? No. Win Krispy Kreme says they're giving free dozens. George Russell who? Oh. Car break. Oh, I'm losing my breath right now. Let's go, let's go, let's go. Oh. 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 Wow. Oh my God. 198 Beats per minute. Alter, das ist aber so gelogen, diggert. Also wenn du einen 200er Puls hast, dann musst du davor gerade irgendwas ganz Krankes gemacht haben. Weil ein 200er Puls, also bei allen Dingen, wenn du 200er Puls beim Gaming hast, dann solltest du dir wirklich Gedanken machen. Am I going to die? I think so. That watch doesn't lie. We're at a restaurant right now called Sura, kind of like Sarah with a U in 7A, to get some Bim-Bim-Bap. Bim-Bim-Bap? It's a Korean rice dish. They have a two and a half hours before game time. So let's go on in and have our own little Korean experience. I sound like a robot. Bim-Bim-Bap. Bim-Bim-Bap. Can you do that the whole time? Yes, I can. Bim-Bim-Bap. 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 Bro, wie kann man so trocken, so lustig sein. How do you say it? Bim-Bim-Bap. Bim-Bap. No. We haven't gone, what? What? We haven't gone Korean since we used Blast Nugles instead of handcuffs. I never know what to say in this situation. It looks very good presentation-wise. Like, the Koreans know what's up. They gave me sauce on the side, but apparently they can't have sauce. We don't allow the team to binge eat sauce due to the amount of sugar and additives they include. Also, die müssen wirklich gesund sein. Richtige Vollprofis. Sugar. So, can't have sauce, but they're making this feel like I'm off. Oh my God. This thing is deep. It tastes very clean. Like, in a good way. Tangy. Spicy. A little salty. There's a little bit of kimchi here. I love kimchi. Kimchi's hab ich heute erst gekauft, Papa. For that gut health. I don't know if you want to drink it, but I don't know if you want to drink it. It's so fermentative. It smells really, really sick. If you do it, you can have so many blehs like you want to drink it. You don't want to drink it, but it smells really good. This is also a great pre-workout meal. If you're a bodybuilder, good carbs, good fat, good protein. Each bite is like a quest. It is just very flavorful. The rice is at the bottom. The stone thing. It's nice and crispy. It's just a textural dream. They gave us these potatoes on the side. And they're actually crap. They could pop these things like Mollies. I love it. Yeah? That's really close. Sorry, everyone. They gave us these little things for dessert. I have no idea what it is. Oh, it's not expected. We're not even drinking. That's great though. Oh, shit. What? Contains me. Each one has 170 calories. That's why I didn't drink. 170 calories out there. What's in there? Pure butter. What's in there? Milk in there. Oh my God, I see what you did. It's game time. Was spielen die jetzt? Bitte Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty. Ne, wir Halo spielen, ne? Halo und Xbox ist auch so ein Ding, Alter. Also ich glaube, 99% der Halo-Spieler spielen es auf einer Xbox. Xbox, Alter, wenn ich das jetzt schon sehe. Das ist, wenn du Xbox, wenn du jemanden Xbox spielst, weißt du einfach, das ist in den USA. Ah, schreibt es in den Chat, Leute. PlayStation oder Xbox, entscheidet euch weise. Oder, wenn ihr richtig gut seid, PC. We'll talk, ne? Ich bin die ganze Zeit überlegen, mir eine PSP zu kaufen. Nur für den Grund, wenn du, für den Zweck, wenn du fliegst oder so, im Flugzeug sitzt oder in der Bahn. Alter, du kannst da drauf so geil zocken, Alter. So geil zocken. Ich muss immer an meinem Handy irgendwelche Rotz-Spiele spielen, ohne Internet, ohne irgendwas, weil alle Apps irgendwie nur noch über Internet funktionieren, alle Spiele. Und dann habe ich immer so Rotz-Spiele, die irgendwie ohne Internet funktionieren, richtig abgefuckt sind, sich so um die Zeit tot zu bekommen. Aber so eine PlayStation-PSP? Allein schon die Controller fühlen sich viel geiler. Die Xbox-Controller sind Rotz. Today, it comes down to this. Gotta remember what Dr. Levi taught me. A well-placed thumb goes a long way. Deploying in two, one. Here we go. Come on! Oh, I got my first kill. Wow, that feels good. Back to the little teammate. There we go. Almost had the double kill. You want some head. Come here. Is this what Roid Rage feels like, man? Oh, that was embarrassing. Good to let that one out, Josh. Also, dafür, dass er sich jetzt einen Tag lang darauf vorbereitet hat, performt er gerade nicht so gut. What the hell is this? Halo war damals krass true. Halo war damals richtig gehypt, ne? There we go. First melee kill. That's how it is. Man, these freaking bastards respawning right beside me. Oh, shit, it's 48, 48. Hey, Lossi. I got eight kills, one assist, ten deaths. Nicht mal eine positive KD, Brudy. I died more than I got kills. So, I'm sorry, Team. Well, we put in the work and we did not get the result that we wanted. But it's okay. I'm not upset. Boah, ey. Digga, also eigentlich ist der Lifestyle ja ganz geil, ne? Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht mal, ich habe dieses Gaming-Essen-Zocken-mäßige schon die ganze Zeit mal im Kopf. Ich war schon mal überlegen, das eine Woche so zu machen und zu gucken, wie krass man nach einer Woche wird. Eine Woche nur zocken, eine Woche lang nur perfekte Gaming-Diät, eine Woche lang und statt Training einfach nur alles all in, Fortnite bauen, üben und dies und das üben und schauen, wie krass man nach einer Woche wird. Mal schauen. und vielleicht kommt da mal irgendwas an der Stelle. Dankeschön fürs Vorbeischauen. Nächstes Mal sehen wir uns wieder. Schaut gern bei Will Tennyson vorbei. Kuss geht raus. Bis dahin. Ciao. intenstinal. Bis dahin. Ich bin Frank Rott. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020